Conny, ich hab dir früher schon nichts in der Schule getan, weißt du, jetzt will ich's machen? Ja! Ja! Wer kennt hier mich? Komm, hören dann! Dann kennst du dich damit schon. So, was machen wir jetzt? Ich hab die... Warte, wir machen Eiswürfel, Jo! Glaub ich nicht! Nein! Doch! Was macht sie jetzt? Sowas ähnliches, was ich gesagt habe. Hallo! Yeah! Da mach ich mit! Genau, das ist eigentlich gut zum Geburtstag. Du warst ja an der Karte, äh, äh, Stange hier fesselt. Da muss aber kein einzeln drin sein. Da muss kein einzeln drin sein. Guck, ich weiß, das ist von mir. Aber Wassereis, unten! Oh, kalt! Oh, es wird schon mal kalt! Darf ich noch mal trinken? Niki, unten ist Wassereis drinne. Wo ist dein Kalt? Ja! Hier von vorne. Nein, drin nicht. Gemeinbar. Das ist schon mal super. Alter! 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 Ja, der Stamm! Was ist das? Du bist mir voll auf den Fuß getreten, du sagst wirklich! Ich wollte ja nicht mal trinken! Du hast gesagt, das heißt für mich, mehr? Nein, dann haben wir nicht mehr. Ich bin auch aufs Video, damit jeder weiß, dass ich auch hier war. Es kann sich nicht wärmt. Es ist der Nahrung noch. Ich möchte auch schon Eis. Bitte da. Bleibst du mal bitte? Isaac, wir wollen was sehen. Man sieht's nichts, wenn du so stehst. Ist aber leicht kalt. Nein, du richtig. Komm! Also das ist jetzt richtig in der Unterhose. So! Das ist lang, aber das ist definitiv. Ah! Nein! Die Rache ist fein! Geil, 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 geil! Ach gut, sollst du los machen? Boah! Riecht dein Huf wieder? Ich hätte gerne Eis! Ich hätte auch gerne Eis! Gib mir das Grüne! Ich möchte nicht das, was... War das in deiner Unterhose? Nein! Okay! Das war in deiner Unterhose, willst du? Nein! Ich will kein Eis, danke! Das war in deiner Unterhose. Boah! Das ist mir egal. Ich habe die ganze Nacht gesessen. Was? Du frechst es nicht. Dankeschön! Am besten sagst du Rapistisch. Ich sag, wer ist Rapistisch. Ich sag, wer ist Rapistisch. Ich sag, wer ist Rapistisch.